Hallo und herzlich willkommen zu diesem Livestream. Heute haben wir zwei Fragen und ich beginne gleich mit der ersten. Ich möchte es euch gerne vorlesen, damit klar wird, wie die Situation ist. Das ist, wie gehe ich mit Menschen in der Kommunikation um, die nach einer Aussage, die sie getroffen haben, nachher behaupten, dass sie diese gar nicht getroffen haben. Und dann kommt ein Beispiel von einer Mutter. Sie fragt in einer einseitigen Elterngesprächssituation, dann werden Trennungskinder bei der Förderung ihrer Hobbys also anders behandelt als Nicht-Trennungskinder. Daraufhin sage ich ihr, ja, denn sie sind in puncto Zeitverteilung auch anders als die Nicht-Trennungskinder. Worauf die Mutter sagt, dass Trennungskinder bei der Förderung ihrer Hobbys anders behandelt werden, hätte sie ja gar nicht gesagt. Sie hätte es nur bei Mitschülern beobachtet. Und dann die Person, die da im Gespräch war, als juristische Person im Gespräch war, als Vertretung des Kindes, mit einer Aufgabe, die beiden Elternteile, ich würde mal sagen, auch zu coachen und da zu vermitteln. und sie schreibt, Moment, jetzt hat es mir da noch was anderes hingeworfen, sie schreibt, sie schreibt, mein Ziel war eigentlich eine konkrete Lösung für Kontakte mit dem Vater zu finden. und sagt dann, vielleicht hätte ich die Mutter einfach mal nach ihrem Ziel fragen sollen. Oder das ist eine komplexe Situation. Ich möchte die zuerst ein bisschen systemisch zeigen. Also da hat es eine Person, die vom, ich sage vom Recht aus, also von Recht und Gesetz aus, für das Kind einsteht und da Lösungen suchen will und muss. Das ist ihr Auftrag, dieser Person, ihr. Und dann hat es da zwei Eltern, der Vater, der nicht anwesend ist im Gespräch und die Mutter, die anwesend ist im Gespräch. Und dann ist die Situation, dass die Person, die das Kind vertritt, eine Lösung finden möchte für das Kind im Zusammenhang mit den Hobbys. und selbstverständlich auch im Zusammenhang konkrete Lösungen für Kontakte mit dem Vater zu finden. Es ist eine komplexe Situation. Schon rein vom Systemischen her. Und dann ist die Frage, dann kommt was anderes mit dazu, nämlich, das ist auch eine systemische Komponente, dass, weil die Trennungskinder andere Zeitressourcen haben, ich sage es mal so, als die Kinder, die nicht getrennte Eltern haben, muss man ja, um die Kinder zu unterstützen, auch andere Lösungen finden. Das ist alles nur systemisch. Da sind wir noch gar nicht im Gespräch. Da sind wir noch überhaupt nicht im Gespräch, sondern das ist nur die systemische Situation. Das heißt, es ist grundsätzlich eine etwas, ich sage mal, heikle Situation, weil, da hat es einerseits getrennte Eltern, ich gehe davon aus, dass das nicht immer einfach ist. Das kann, das weiß ich jetzt hier nicht, das kann sein, von ganz schwierig bis zu einfach, aber kratzig ist es bestimmt immer wieder. Sonst wäre da nicht eine Vertretung für das Kind nötig. Sonst könnten die Eltern das alleine regeln. und dann kommt da eine, ich sage mal, eine scheinbare Ungleichbehandlung der Kinder hinzu, nämlich der Kinder, die getrennte Eltern haben und der Kinder, die nicht getrennte Eltern haben. Und dann kann man schon, vielleicht kannst du einfach mal dir zuhören, was du dir alles sagst, wenn du einfach nur diese Situation hörst. da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, wie das ist und wie das, wie das denn nützlich ist für das Kind, dass es, oder für die Kinder, die jeweiligen, dass es einen Unterschied gibt zwischen denjenigen, die getrennte Eltern haben und denjenigen, die nicht getrennte Eltern haben. Schon da kann man sich ja alles mögliche überlegen. Und stell dir vor, die Mutter, die das vielleicht so, ich mache eine Annahme, die das vielleicht so noch nicht bedacht hat, dass eine andere Behandlung für das Kind eine Unterstützung und ein Vorteil sein kann, die sieht dann, sie hat das beobachtet, die sieht dann, dass die Trennungs- und die Nichttrennungskinder anders behandelt werden. Und dann geht man hier ins Gespräch. Da müsste ich vielleicht von dir, die diese Frage gestellt hat, auch noch wissen, wie ist denn der Unterschied des Wissensstandes? Weil als Vertreterin des Kindes bist du da natürlich total informiert drüber und es macht dir Sinn. Und das, was ich hier aus diesem Post rausnehme, ist, dass du als Vertreterin des Kindes ganz bestimmt bereits mehr Gedanken darüber gehabt hast, weshalb das so ist, dass Trennungskinder und Nichttrennungskinder andere Unterstützungsmaßnahmen bei ihren Hobbys haben, als möglicherweise die Mutter. Und das ist so, das sind so typische Annahme, ich sage mal Annahmegeschichten. Also die Mutter geht von etwas aus und die Vertreterin des Kindes geht von etwas aus und dann beginnt man zu sprechen zusammen. Annahmen. Und selbstverständlich hat man dann sofort Annahmen, als die Mutter behauptet, sie hätte das nicht gesagt. Aber es ist gar nicht so klar, ob sie es, vielleicht hat sie es so gesagt, vielleicht hat sie es nicht so gemeint. also da geht es ganz schnell, dass man wirklich miteinander so im Gespräch ist, dass dann nicht ganz klar ist, wer was meint. Und wenn das so ist und du bereitst, diese Situation kannst du auf ganz viele andere Situationen auch legen, die schwierig sind, sobald es schwieriger wird, ist es ganz notwendig, wirklich finde ich das inzwischen nicht nur einen Vorschlag, sondern ich finde das eine Notwendigkeit, dass man verlangsamt. Und wenn ich dann als Vertreterin des Kindes höre, das habe ich gar nicht gesagt, dann muss ich stoppen und nachfragen und sagen, okay, jetzt weiß ich gerade nicht, ich habe jetzt gerade angenommen, dass du oder sie das gesagt haben und jetzt kann ich nochmal hören, was denn, was sie gesagt haben und was ihr das Ziel, das weiß ich noch nicht, ob man das so sagen kann, sondern ich würde eher sagen, was ihr Anliegen ist. Weil das Ziel ist noch nicht ganz klar, glaube ich. Auch der Mutter nicht, sonst hätte sie das sehr wahrscheinlich anders formuliert. Das heißt also, wenn du merkst, und das ist grundsätzlich, das können wir jetzt einfach in diesem Beispiel abhandeln, wenn du merkst, aha, da ist mir jetzt etwas nicht klar, wenn du vom Gefühl ausgehen würdest, als Vertreterin jetzt in dieser Situation als Vertreterin des Kindes und die Mutter sagt etwas und du nimmst an, sie hat das vorher schon gesagt und jetzt behauptet sie, sie hätte das nicht gesagt, dann hörst du dich ja schon, dass du sagst, sie behauptet das, das ist eine Annahme. Das ist ganz präzise, du merkst es, es ist ganz präzise und dennoch ist die Frage, wie kannst du hier ganz bei deinem Gefühl bleiben und bei deinem Bedürfnis? Ich nehme an, dass du da irritiert warst, wenn du zuhörst, dann schreib doch in den Kommentar, was denn dein Gefühl war, wenn du es weisst, vielleicht weisst du es nicht. Und ich nehme an, das ist irritiert oder verunsichert oder verärgert, weil du Klarheit möchtest oder verärgert, weil du gerne möchtest, dass die Person das auch so versteht wie du. Also da hat es ganz unterschiedliche Gefühle dabei und dann ist die Frage, genau, du warst irritiert, du siehst es, du warst irritiert und dann ist die Frage, kannst du, wenn du merkst, dass du irritiert bist, weil da draußen jetzt gerade etwas läuft, was nicht so läuft, wie du es angenommen hast, dann ist man ja irritiert und so ein bisschen orientierungslos. Wenn es schlimm ist, ist man ja orientierungslos. Und dann kannst du das sagen. Dann kannst du sagen, ich bin jetzt gerade irritiert, ich habe vorher was anderes verstanden wertfreie Beobachtung, also Gefühl, ich bin irritiert, wertfreie Beobachtung, ich habe vorher etwas anderes verstanden, was höre ich, was sehe ich, ich habe vorher etwas anderes verstanden, Bedürfnis, das Bedürfnis ist ja eine Erklärung. Also, genau orientierungslos und fast hilflos, weil du nämlich nicht gewusst hast, was du jetzt machen sollst. und das ist gut, wenn du sagst, ich bin irritiert in dieser Situation. Wenn du sagst, ja, ich bin irritiert, weil ich habe was anderes gehört. Und jetzt möchte ich nochmal nachfragen, um genau zu sein, was sie denn gesagt haben. Moment, ich schaue das rasch an. Ganz genau, oder? Ansonsten bleibt man verwirrt, wenn die Wahrnehmung eine andere ist. Und dann, das ist interessant, dann kann man, das hast du gemerkt, dann kann man gar nicht mehr richtig miteinander reden, weil es nämlich nicht geklärt ist, wie unterschiedlich die Wahrnehmung ist und weshalb die unterschiedlich ist. Das heißt, du kannst sagen, ich bin irritiert. Das Wichtige ist, dass du merkst, dass du irritiert bist und dich nicht von deiner Hilflosigkeit oder von diesem Ohnmachtsgefühl, orientierungslosem Gefühl überwältigen lässt. Und das können sich alle merken, die hier zuhören, die das hier hören, wenn du merkst, ich komme in diese Ohnmacht, dann ist, und in diese Orientierungslosigkeit, Ohnmacht ist ja auch Orientierungslosigkeit, einfach ein bisschen schlimmer, dann kannst du sagen, okay, ich bin jetzt hier orientierungslos und dann hast du bereits wieder eine Orientierung quasi festgelegt, indem du sagst, ich bin orientierungslos, hast du wieder eine Orientierung festgelegt. Und dann kannst du von da aus gehen, da musst du dann nichts mehr wissen, weil dann ist das Bedürfnis eine Klärung. Dann kannst du sagen, ich muss das klären, jetzt bin ich gerade verunsichert oder ich bin gerade orientierungslos oder ich bin gerade verwirrt oder ich bin gerade irritiert, je nachdem, was für dich geht. Und dann geht es ja weiter. Dann sagt die andere Person, worum es geht. Und wenn die andere Person Recht haben will, dann ist das eigentlich für dich, das muss dich nicht anzünden, außer du möchtest auch Recht haben. Das geht uns ja dann so, dass wir auch gerne Recht haben möchten, weil wir ja auch gesehen werden möchten. Und dann kannst du wiederholen. Kannst du sagen, also, ich höre, das und das und das ist deine Meinung, das und das und das ist das, was du gesagt hast, ist das richtig? Bitte. Ich höre und dann eine Bitte. ist das richtig? Dann kann die andere Person korrigieren oder sagen, nein, überhaupt nicht, du hast wieder überhaupt nichts verstanden. Oder sie kann sagen, ja, natürlich, genau, das habe ich gemeint. Und das bringt dann immer eine Entlastung. Dann kann sich das Nervensystem entlasten, weil die andere Person merkt, du bist freundlich gesinnt, weil du dir nämlich Mühe gibst, das zu verstehen und du hast es auch noch verstanden, was natürlich für die andere Person super ist. Und wenn es diese Entspannung gibt, dann bitte ich dich, einen Moment lang Pause zu machen, einen kurzen Moment lang Pause zu machen und quasi diese Aussage, die hier war, zu würdigen mit dem und erst dann zu sagen, ist es okay, wenn ich jetzt meine Seite sage. Einfach damit meine Seite auch mit im Spiel ist. Und dann sagst du deine Seite möglichst mit Gefühl und Bedürfnis und möglichst nicht mit Recht haben wollen. Das ist einfach hilfreich, wenn du nicht Recht haben möchtest. Ist das eine Antwort? Ist die ausreichend? Und sonst mach einfach nochmal einen Kommentar da. Und dann, nee, ich sage noch was dazu. Wenn du in diese Hilflosigkeit kommst, Ja, genau. Es ging mir eigentlich darum, mich nicht in den Ausführungen der Mutter zu verlieren, die sich für mein Verständnis ständig veränderten. Genau. Ja, genau. Und wenn es sich ständig verändert, dann bleibt dran. Dann bleibt dran und sag, okay, ich habe es so verstanden. Verlangsame total. Und bleib bei dem, was du wahrgenommen hast. Und bleib auch bei deinem Ziel. Oder dein Ziel war diese Regelung zwischen Vater und Mutter. Bleib bei deinem Ziel und bleib aber offen. Und wiederhole halt häufig. Wiederhole häufig, okay, das habe ich jetzt verstanden. Und dann eine Bitte. Und dann eine Bitte. Was müssen wir jetzt ihrer Meinung nach tun? Was müssen wir jetzt ihrer Meinung nach tun? Was müssen wir jetzt ihrer Meinung nach tun? Das kannst du mehrmals fragen. Das ist okay. Und du kannst auch sagen, Moment, jetzt bin ich gerade, jetzt weiß ich gerade nicht mehr, wo wir sind. Ja, Offenheit ist tatsächlich das Wichtigste. In diesen Mediationssituationen ja sowieso, da ist Offenheit einfach total das Wichtigste. Und gleichzeitig auch Klarheit. Also, du führst das Gespräch in deiner Situation. Du führst das Gespräch. und dennoch ist diese Offenheit wichtig und dieses Zugewandtsein. Und da ist einfach so, so hilfreich, wenn du immer wieder wiederholst, was du verstehst und nachfragst. Dann kannst du, am Anfang ist es total mühsam und du denkst, du wirst nicht fertig. Und mit der Zeit was wir jetzt ihrer Meinung nach tun, darauf hatte ich von der Mutter die Antwort, sagen sie es mir. Und da versucht sie, dich natürlich zu instrumentalisieren. Natürlich kannst du Vorschläge machen, aber wenn sie so sagt, dann ist es gut, wenn du dranbleibst und sagst, nein, das müssen wir gemeinsam rausfinden. Das ist ihr Kind, ich kann sie dabei unterstützen. Was möchten sie? Versuchen sie rauszufinden, was möchten sie? Was ist ihr Anliegen? Weil sonst hast du sie nicht wirklich mit im Boot. Sonst wird sie bei der nächsten Gelegenheit sagen, das hat mir Frau so und so gesagt, aber ich mache das jetzt nicht. Oder solche Geschichten. Also da ist es wichtig, dass du dranbleibst und einfach sagst, ich kann das nicht für sie entscheiden. Sie sind die Mutter, sie müssen das entscheiden. Da muss es ihnen wohl sein dabei, da müssen sie dahinter stehen können. Und da ist es egal, wie lange es geht. Vielleicht muss man sogar den Termin nochmal verschieben und sagen, okay, da müssen wir uns nochmal treffen. so ist das okay? So dann würde ich nämlich gerne zu der genau der Schlüssel ist die Verlangsamung und das Aussprechen. Weil es ist ja wahr, es ist ja wahr, dass du dich irritiert fühlst. Wenn du in einem solchen Gespräch bist, als Vertreterin des Kindes, dann ist es gut, wenn du deine Professionalität hältst und nicht sagst, ich bin orientierungslos, sondern sagst, ich bin irritiert oder jetzt verstehe ich es gerade nicht mehr, das kannst du auch, kann sie mir nochmal sagen, was sie da gemeint haben, oder dann bist du ganz in der Professionalität und gleichzeitig kannst du im Nachhinein kannst du mit der Gefühls- und Bedürfnisliste herausfinden, hey, was ist mir jetzt hier passiert, woran erinnert mich das, was war da mit mir los mal, dass mich so etwas so in Schwierigkeiten bringt, das ist gut, wenn du das für dich herausfindest und natürlich nicht nur du, die die Frage gestellt hat, sondern ganz allgemein, das ist für uns alle so wichtig, wenn wir mit dieser Orientierungslosigkeit oder mit dieser Hilflosigkeit unterwegs sind, dann ist es wirklich wichtig, wenn wir das erleben, dass wir herausfinden, was uns hier passiert, das ist so eine kleine Forschungsarbeit, das Ich mit dem Ich, so, ich danke dir für die Frage, und es ist auch toll, weil es ja ein bisschen komplex ist, das hilft, auch andere Situationen zu verstehen. Und dann habe ich noch ein zweites Thema und das ist das Thema, wenn zwischen Eltern und Kindern oder Kindern und Eltern, also wenn du das Kind bist, hoch zu deinen Eltern oder wenn du Eltern bist, zu deinen Kindern und deinen Enkelkindern, wie macht man das, wenn von der einen Seite der Kontakt abgebrochen wird? Und eigentlich möchte man das gerne, also wenn man so die Seite ist, die das gerne möchte. Dann ist die Frage, kannst du bei dir bleiben und keine Annahmen machen? Das ist ganz, ganz schwierig. Kannst du bei dir bleiben und nicht recht haben? Kannst du bei dir bleiben und über deine Eltern oder über deine Kinder keine Meinung haben? denn sowohl als Kinder wie auch als Eltern sind wir einfach haben wir manchmal ziemlich genaue Meinungen über unsere Eltern oder über unsere Kinder und wer die sind und was sie machen und was sie nicht machen und was sie sehr wahrscheinlich deswegen machen und dort auch aufzuhören und ganz zu sich zurück zu gehen und zu sagen okay was brauche ich ja man will immer nur das Beste für die Kinder und auch für die Eltern natürlich man will immer nur das Beste klar und gleichzeitig und das kennst du vielleicht das kennt ihr vielleicht also dann ähm dann bin ich ich sag's mal als Mutter ich bin ja auch Mutter die Kinder sind schon lange lange draußen die gehen gegen 40 und das was ich gelernt habe und zwar auch als Tochter so muss ich das sagen zuerst habe ich es nochmal gemerkt als Tochter ich habe ja eine Mutter die die alt und fit ist und ich habe das Glück dass sie immer noch lebt und es war nicht immer einfach weil sie manchmal im Leben so wie das Mütter haben auch einen Blick auf mich hatte der nicht dem entsprach den ich gerne gehabt hätte von mir von ihr auf mich und dann habe ich gemerkt aha so fühlt sich das an wenn ich annehme dass meine Mutter oder meine Eltern einen bestimmten Blick auf mich haben was ihnen eigentlich laut GFK freisteht ich meine Erwartungen ich meine aber auch Annahmen ja es steht sowohl den Eltern wie auch den Kindern frei irgendeine Meinung über mich zu haben egal ob mir das angenehm ist oder nicht und dann ist die Frage kann ich bei mir bleiben und bei dem was ich über mich denke und frei werden von Annahmen über die Kinder oder über die Eltern das ist so eine Befreiung ich habe ich habe einfach einen Trick gebraucht und ich ich wünsche dir dass dir das auch gelingt ich ich habe ein Trick gebraucht und der funktioniert so ich sage ich bin wie du und meine das ernst und dann öffnet sich ganz ganz vieles weil selbstverständlich selbstverständlich können wir das alle sagen bei jedem Menschen ich bin wie du und dann kommen uns all die Anteile in den Sinn die wir auch so machen könnten und das ist eine unglaubliche Befreiung obwohl es im ersten Moment so eine Frechheit ist weil ich trenne mich ja ab und ich finde ich bin anders aber wie ist es denn wenn du sagst ich bin wie du und das quasi dir auf der Zunge zergehen lässt das ist eine total interessante Erfahrung und die hält dich davon ab Annahmen zu machen ja frech gell hier hat es einen Kommentar der heißt auch genauso frech du könntest mal schauen wenn du es dir erlauben würdest ob du dann gleich handeln und gleich reden würdest und dich der Anstand nicht davon abhält was du dann tun würdest oder oder so die Meinung von wie man es machen muss das ist total interessant und das mit dem frech gell das ist ich gehöre ja zu denen die wurden als frech eingestuft weil ich so direkt war und das nicht ja zum Beispiel probier es mal genauso so frech das was für dich frech ist weißt du frech ist ja eine Bewertung da wäre die Frage was sagt sie denn und was würdest du sagen frech ist eine Bewertung und was würdest du sagen wenn du ganz ganz offen wärst vielleicht hättest du dann einfach mal genug und würdest sagen weißt du was du gehst mir auf den Wecker das darf auch sein bei Kindern natürlich darf das auch sein bei Kindern und dann gibt es eine andere Art von Auseinandersetzung ich schlage dir das einfach vor zum ausprobieren und wir sind ja hier jeden Donnerstag zusammen dann kannst du schauen wie es gewesen ist es geht darum die Meinung wegzunehmen auch vom angenommen sein kann ich tatsächlich meine Kinder immer annehmen oder fällt es mir manchmal einfach schwer weil es mir einfach auf den Wecker geht und weil ich finde nein das geht nicht also lass das auch laufen das hilft dann hörst du besser deine Bedürfnisse mit dir selbst ich lasse es mal für heute hier ich hoffe das ist okay so ich wünsche euch allen einen schönen Freitag und ein schönes Wochenende ein schönes Winter Wochenende wünsche ich euch bei uns ist es total kalt und so ein bisschen angefroren mit Schnee und Nebel tschüss schönes Wochenende tschüss autre einen anh qu Aa die tschüss an mit m pé in ne